Willkommen zu The Walking Dead Wenn dieses Spiel nichts für euch ist, ihr nichts mit Zombies zu tun haben wollt oder Gewalt nicht ab könnt, wegklicken. Für den Rest herzlich willkommen. Wir sind in einer Schule und sind mehr oder weniger jetzt akzeptiert. Und jetzt gehen wir angeln. Es gibt Nahrungssituationsprobleme und Warum nicht? Wir sind mit AJ unterwegs. Kann man die Entscheidung schon sehen? Ähm, ich glaube da war das... Äh, ne, ne. Hoffen wir noch nicht. Naja. Hier setzt es an. Wir haben uns entschieden, einem Pilot zu helfen. Wohin? Wohin? Ach, warum? Es ist gar nicht so, dass es nichts mehr zu sehen ist. Oh, komm, ich bin sicher, dass es vieles zu sehen ist. Vielleicht Clem könnte uns herum zeigen. Du kannst eine Fahrt arbeiten und du kennst dich wie fahren? Verrheilig. Komm schon, Vi. Ich habe nie bin in meiner Leben gefahren, aber ich würde gerne lernen. Das hört sich ziemlich gut. Ich liebe die Öffene Straße. Ich würde dich vorstellen. Nur so, als du nicht die Fahrt fahren. Wir sind in der Fahrt fahren. Nein, es ist kaputt. Gut. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich wünsche mir das Fahrt. Ich wünsche mir dieses russ-bucket noch funktionieren. Wir könnten einfach in und starten fahren. Wir könnten in den Nachmittag sitzen. Es wäre wie ein Fahrt mit einem der Fahrt mit der Topf zu gehen. Wir werden uns aus dem Gas irgendwann. Aber trotzdem, es ist lustig zu imagine, ist es? Wo würdest du gehen, Klim? Wenn du irgendwo wo du willst? Wenn Gas nicht ein Problem war? Oder ein Bustet-Carbüter, oder Flasen-Tires, oder die Transmission? Buzzkill. Ich würde auf den Kosten gehen, vielleicht parken auf der Bühne und schwimmen. Das wäre ein absoluter Traum. Du könntest jeden Tag in der Sonne spenden. Und die von Skin Cancer. Fun. Wir werden alle sterben. Ich werde Skin Cancer übernehmen, um es in eine Walker zu machen. Ich habe hier hier mein Leben. Ich würde sagen, ich weiß jeden Fall von diesen Bühnen. Ich würde gerne nicht wissen. Ich habe es nicht mehr, was es könnte sein. Wir haben nichts zu machen. Ja, ich glaube, wir müssen arbeiten auf die Fische. Wir haben Spears in der Schacht. Kommt. Du gehst, ich werde hier. Wo sind die Spears? Hey. Über Bye. Ich bin sorry, sie ist ein bisschen schrecklich. Es ist meine Schuld. Was hast du gesagt? Ich bin da da, wenn die Walkers töten Sophie und Minnie. Sie waren sehr nahe mit Vi, und ich glaube, sie blämes mich für was zu haben. Ich bin, wie Sie sogar sagen, für etwas so schrecklich ist? Ich weiß nicht, ob ich es nicht so schrecklich ist. Du solltest sie mit ihr darüber reden. Ich bin sicher, sie wird listen. Ja, genau. Ich habe versucht. Ich habe. Es ist einfach nicht der richtige Zeit. Wir alle sind Freunde. Ich denke, ich habe einfach nur das Gefühl. Aber wenn du kamst, ich weiß nicht. Ich habe einfach nicht gesehen. Ich habe sie warm-up mit jemandem in einem langen. Hm. Do you... I mean, I hate to ask this if you... but do you think you could talk to her? See how she feels about me? It's just been eating me up inside. Sure thing, Brody. I can talk to her. Really? That's great. Thanks, Clementine. I'm gonna go check our fish traps downstream. Hey! What the hell is taking you two so long? See? I'll take this to Vi. There should be some extras lying around. Hm. Finde einen Speer. Finde einen Töter in den Beißer. Ja, und die Frage ist... Ich hasse das. Ich muss mal kurz Platz machen, ja? Das ist ja schrecklich. So, jetzt bin ich einmal am Ende angekommen. Alter, das ist ja eigentlich grauenhaft. Ich werde das Spiel... Ne. Das sag ich nicht. Just some old gardening supplies. Ich kriege die Pizza auch nicht höher. Das ist ja schwer. Hey, you. What you looking at? V plus M. Violet and Minerva. What does that mean? Uh, it means they were really good friends. Like me and you were really good friends? Not exactly. Okay. Random achievement. Ich habe übrigens 6% der Achievements bekommen. Was... Nichts aussagt, weil man wirklich... Alles bekommt. Entscheint. Okay, wir haben ein Speer. Gut Reichweite und Spinnen. Ready to get some fish? Yeah. Okay, let's go. Shit. Can I join you? Sure. Hey, check out these guys over here. They're swimming against the courage. Guess I don't realize it makes them easier targets. I wanna try. Take a spear. Go nuts. Go ahead and try. You're not running. Any luck? I got something. Good enough for me. Hey, I'm sorry if I was weird last night. About the whole room thing. Seeing someone else in there. Uh, it was harder than I expected. You'd think I'd be less sentimental by now. Uh, uh. Don't sweat it. I'm glad we got to know each other. Yeah. I guess I am too. I'm glad you got to know each other. Uh, okay. Okay. Klemme dann auch drauf. Jesus! So schnell waren sie jetzt nicht. Es sieht aus, dass sie sich umgezogen haben. Vielleicht hat Brody bessere Glück mit den Trappen. Ich habe einen! Klemme, ich habe einen! Good job! Ich weiß nicht, was die Problem ist zwischen uns. Mit Brody. Ich weiß nicht, warum es so ist. Warum ist es so wunderschön? Ich kann niemals relaxen mit ihr. Es wird immer wieder schlimmer. Weil du sie für was mit den Twins verletzt hast. Das ist das, was ich dachte. Ich denke, ich denke, dass sich die Dinge anders enden würde, wenn ich da war. Vielleicht könnte ich mir helfen, Sof. Und Minnie... Sie wollen zu sprechen, du sagst. Ich fühle mich einfach über die ganze Sache. Warum? Ich wollte mit den Twins sein. Ich wollte arbeiten in der Greenhouse, so ich wollte Brody für mich. aber dann... ich konnte nicht sagen, dass ich sie nicht sagen würde. Ich wollte mit Brody sprechen, zu sagen, dass ich sie nicht verletzt habe. Aber jederzeit habe ich versucht, ich wusste, was erinnert, was erinnert. Es war einfacher einfach nicht zu sprechen. Wir sollten gehen. Wir müssen gehen. Genau, die waren nämlich jagen. Im Wald. Die Grand Canyon. Was? Das ist woher ich gehe. Wenn wir einen Weg gehen würden, starten wir bis zum Grand Canyon. Ja. Das wäre cool. Danke. Hey, you Slowpoke kommen? Ja, wir sind neben dir. Das wärmen. Ja. Das ist das. Wo werden die Leute gemacht? Du bist auf dem Weg? Ich mache den Weg weg. Und wo ist das Tree? Ich weiß. Ich weiß. Der Wocker. Was ist das? Was? Das ist nicht normal? Niemand hat es zu sabotieren. Das ist nicht gut. Assam! Louis! Spreit. Wir sehen, ob wir sie finden. Schau mal die Monster. Da ist noch irgendwas faul. Schau mal die Monster. Schau mal hier! Schau mal hier! Schau mal hier. Schau mal hier nicht. Wir haben es nicht in der Schraube gehalten. Was ist das? Wir haben das auch. Haben die Kinder zu schnauern? Nein, nichts zu schnauern. Wer ist das Unlucky-Fella? Wo sind Sie? Anfänger von Trappern. Die, die sprung waren, waren alle empty. Die resten sind gebrochen. Niemand hat uns gebrochen? Oh, gut. Und jetzt werden wir sterben. Schau mal. Das ist... Schau mal. Schau mal. Es ist... Schau mal. Es ist okay. Es ist... Schau mal, Brody. Schau mal, Schau mal, Schau mal. Du bist gut. Es ist okay. Es ist nur ein Schau. Es ist ein Schau. Es ist ein Schau mal. Es ist ein Schau mal. Es ist ein Schau mal. Und aufhören. Es ist schau mal. Es ist eine... Ich habe, Marlen. Ich habe zu erzählen. Das ist es. Wir haben immer noch ein Essen. Wie schon, um, wir leben. Wir leben, das nicht wirklich genug ist. Wir haben hier, es hier gab. Ihr habt alle, es sind so das. Ich nehme diese halt nachher. Weitere. Ich habe das nicht mehr verstanden gerade, ich habe keine Ahnung, was da gerade gewesen ist. Okay, Clementine schickt die Essen zum Sterben los, das ist auch gut. Oh Mann. Ey, das ist so ein Aufhänger fürs Jetzt werdet ihr sterben. Oder zumindest einer von denen. Ich weiß ganz genau, wie die ich nehme. Da, da ist wo die Essen ist. Viel mehr Walkers als das letzte Mal. Wir werden sterben. Es ist weder sterben hier oder sterben vom Hunger. Hier, take your pick. Clem, maybe you should scope things out. You know the place better. Let me get a closer look. Can't be too careful. We need to get in there somehow. Maybe there's another way in. We barely got out of here. It was close. Sounds scary. There's a reason. Could climb up there. But I don't know how that would get us inside. I used that bell to attract a walker before. Could try it again. They do like to follow sound. You look like you've got an idea. The noise from that bell could draw a lot of walkers. If one of us climbs up there and starts ringing it. Louis. I vote Louis. Uh, hold on. I'd like to make an alternate suggestion. Come on, Lou. You're loud, dramatic, a little annoying. You're basically a walking distraction. I think you mean charming and theatrical. Entertaining is another word that comes to mind. Just get up there. The quicker we get this over with, the better. Decisive. I like that in a woman. Just stop. Stop. I'll go with you. Give you some cover. Fine. I'll do it. But if I die, I'm making sure Walker Lewis eats both of you first. I'll distract them until I see you guys reach safe cover. Then, I'll try to redirect the smelly patrol to give you guys a chance to sprint inside the building. When we get into position, I'll signal you. Then you can do your thing. Good luck. Hey, ugly! No, not you! Not you either! Shit! Fine, I'm making some even right on you. Fine, you're making some even right on you. Hey, ugly! No, not you. Not you either! Fine, you're making some even right on you. Das ist ein Schuss, das ist ein Schuss. So far not dead. So far. I'll let Lois know when we're ready. What is he waiting for? Come on, come on! Fucking Lois. Just give him a second. We may not have a second. We are idiots! I'll watch the door for walkers. Okay, AJ and I will sneak in, grab the food and get out. Sounds good. Let's make it quick. He's already dead. I wanted to say, so good that he's still there, but I'll take it back. That was a new one. Yes, these will be perfect. Clint, look. Try it out. See if it works. Gotta need your help on this one, kiddo. You still got your gun? Just in case. Good job, AJ. Is there more? Just in case. Just in case. Keep it coming. Good job, AJ. Is there more? Keep it coming. Hey, keep it coming. He's so cool. I find AJ cool. I think AJ is great. Er fühlt sich schon eigentlich wie ein Erwachsener, aber irgendwie auch wieder nicht Stand, slowly What the fuck Don't yell, don't try anything I won't hurt you If I don't have to Who are you? The name is Abel And I'm hungry as hell You and your friends made a lot of noise out there Wasn't hard to follow You live close by You knew about this place already And organized some effort to get inside Just passing through, decided to see what we could scavenge Uh-huh And you just got extra lucky You look a little young to be out on your own You got a group Count you plus the two outside I'm thinking Maybe more You ask too many questions I don't like it Fine We can play it like that If you want Now I'm gonna fill this pack real slow We worked hard to get this stuff Well hey there, Squirt Playing hide and seek, are we? Now that's impolite Don't steal from us I'm not stealing This isn't yours I can kill you, you know Come on, kid I'm faster than you Listen up, Squirt You're gonna quit pointing that gun at me And let me go, my Mary You understand? I'm just gonna take a little bit Then I'm leaving Like it never happened AJ, get down You piece of shit What the fuck? Just take a bag and fill it up What happened? Just move I'll tell you on the way How good was that then, please? That's really good Funktioniert We're not listening to me Marlon, listen to me I am telling you The place was ransacked It's fine We'll deal with it Take y'all a while How poor are they That have not patience A sim Mitch Check it out Food That's like a lot of food Observant as ever, Mitch I can't believe this Look at it You're our savior, Clem Like seriously It's a lot I owed you You all saved me first Call us even then Where did you find all this? The old train station Clem knew where it was Train station? That's outside the safe zone We'd have even more But we ran into the creep That fucked up our rabbit traps Creep What creep? Clem saw him smoking Those nasty ass Bible cigarettes He had weird Different colored eyes Did he follow you? Nope I shoved him into a pack of walkers They took a chunk out of him It was awesome Look, I don't know if he got out of there But if he did He won't make it for long You attacked him? What the fuck? If he survived You know he's coming back for revenge What the hell were you thinking? This is fucked How could you be so stupid? If I hadn't done what I did He would have shot us I made the right call Bullshit What if there are others? You don't know what people Are capable of out there Think again I just can't I won't Just not again Fuck! What the hell's going on here? She took them outside the safe zone They saw someone You know what that means Enough! Just means There's a hungry guy out there Looking for food It's happened before You are overreacting You can't be serious Come on Let's go somewhere And talk about this If anything happens I'm holding you Responsible Mach doch Clem I know I asked you for help You did You did But Shit God Nothing's easy It was risky But it was worth it Like you said We can't lose another kid Yeah 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 I did say that Well At least we're eating tonight And for the next few I'd wager Um Go talk to Brody Thanks for the haul Clem You guys Should go enjoy You've earned it Don't sweat it Clem Ever since we lost Sophie and Minnie Brody's been freaked out By anything that happens Past the safe zone She'll be all right Eventually Still We should make sure This is a one-time thing We can take Rosie out in the morning See if she catches a scent You know Just in case I'm gonna Go clean up I think I'll go too See you later Don't worry about them They're just sad Sad? Why? My sisters died around this time last year I think it's starting to get to people Doesn't it get to you? Not really Dying's not scary I mean It's sad But Not scary Being a walker is a lot worse than being dead How do you know? Maybe being a walker is really nice I doubt it Me too But It's not like you can go ask one I try not to focus on them being gone I like picturing where they'd be now Instead Sophie was awesome at making stuff She'd build a place big enough for all of us to live And paint it too And Minnie'd be playing whatever new song she wrote I guess death doesn't scare me Because I know I have something waiting on the other side Someplace safe And happy All of us together Looks like a nice place to wind up Yeah I think so too A lot better than some smelly old school Who are those guys? The walkers who killed them You want them there too? They weren't always walkers Wherever this place is Everyone gets to be a person again Sometimes I draw the walkers the way they probably looked Sometimes I draw Minnie and Sophie The way they probably left them But sometimes I draw this too Can Can I be there? Sure You want to be there too? I promise I'll draw you well You just gotta hold still Sure, why not? Oh, I almost forgot Here you go It's yours It's ours Can AJ nicht Alleine lassen auf dem Bild It's getting late Yeah You guys should get some sleep Aren't you coming? Not yet I want to finish this first Good night See you tomorrow Hmm Hmm That's my body is ja richtig toll gelaufen Das konnte ich aber nicht vorhersehen Time for bed, little guy Can I stay up? Nope Two more minutes Tell you what You lay down And then we'll see You full from dinner? Yeah Yeah, it was good Yeah, it was I like it here I got to kill fish Violet looked like she was having a good time It's nice Not driving everywhere or running away But the ranch was nice too Before the blood This isn't the ranch Do you like it? I like it Now that I'm used to it There's games And the walls make it feel safe It's good For now But places change And so do people It might not stay good Don't worry We're not leaving There You got to stay up two minutes more Time for sleep I lay down when you blow out the light All right Give me a minute Ja, we can just put that Bild on Hängen Fair You have to water flowers Not these They're fake So They never die Never Lucky flowers But They're not as pretty AJ is so super Fair That's a good drawing He's a good artist Your picture is good too Oh, I know So So cute Me protecting Clem Cool So used to Lugging this everywhere Never knowing when we'd find any supplies I feel a lot lighter I'm not sleepy Liar And now Rache will Also It's a good risk That's a good point But we couldn't That's a good risk But we couldn't That's a good risk AJ could be shot Could be shot There's no reason There's no reason Good night Sleep tight Don't let a walker bite And if they try I'll never let them bite Come on Play it right One time Bang Good work And thanks Oh, Gemurmel Hört sich ja nicht gut an Oh, das könnte auch ein alt Traum sein Was ist das? Schhhh Mitten in der Nacht Übrigens Aha Der kann so gut mit dem Ding umgehen Übrigens Stay safe Gut, äh, gut Gut, äh Dann gehen wir halt ohne Dann gehen wir halt ohne Aber ich würde das Licht ausmachen Und dann gehen wir halt mit dem Ding umgehen Und dann gehen wir halt ohnehin Und dann gehen wir halt ohnehin Und dann gehen wir halt ohnehin Und dann gehen wir halt umgehen Ja Ja Und dann gehen wir mal vor Und dann gehen wir halt Ja Basement Ah, verdammt. Da haben wir eine Möglichkeit. Haben die eigentlich Wachen für draußen? Haben die eigentlich Wachen für draußen? Auf der linken Seite. Oh, falsche Weg. Glametal hat eine natürliche Angst vor Hunden. Schwerer Ziegel. Könnte nützlich werden, wenn wir jemanden erschlagen müssen. Aus Not, ja. Sohn, ja. Das ist nicht schrecklich. Das ist nicht so eine Anflug, die Sie kommen. Aber das ist nicht so, dass sie sich nicht so aktiv sind. Bitte mehr Taxi, ich habe noch keinen Grund, das zu zerschlagen. Das Spiel gibt mir aber keinen Anhaltspunkt mehr. Okay, fuck it. So, der ist ganz schön laut. Kaputt. Das hat niemand gehört. Joa. Warum nicht? Basement ist irgendwie ein cooleres Wort als Keller. Und der Meister. Ja. Was ist hier? Show yourself! Clem! What are you doing down here, in the dark? Brody and I were just talking. Go get some sleep. You deserve some shut eye. You had a busy day. I was asleep. You guys woke me up. Sorry about that. I didn't think anyone would hear us. You want to tell me what's going on? It's really none of your business. Go back to the dorm. Uh-huh. The man you met at the station. We got history. Brody! Don't listen to her, Clem. Aha. She's acting crazy. She gets this way sometimes. She's just got to tune it out. Don't be afraid, Brody. Say what you have to say. What history? Marlon let him take the twins. Him and his people. Brody! Sisters. I thought they were killed by walkers. That's the story we told everyone. Shut up! Because Marlon was so ashamed of what- Shit! Shut up! Jesus. What'd you say? Shit. I'm sorry. Shit. What have you done? I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. You're gonna be okay. I promise. God damn it! Help! What did you say? I told you not to say it! Please. Okay. How? What can I do? Just, just, stay with her. There's a first aid kit down here somewhere, right? First aid kit? Das hilft beim Brody. It's me, Clem. Just, just stay still. Who? I can't see. Clementine, remember? We talked about going to the beach. Swimming. Driving along the coast. Sun. Clem. You're in danger. You and AJ both. What danger? Marlon will kill me if I tell. He's scared. And when he's scared, he gets angry. I'll deal with Marlon. I promise you that. Yeah. Yeah, you will. You're strong. And he's not. What? If those Raiders come back. Marlon said, he'd let them take you. Take us? What? To make him go away. Like he did. Like he did with ten sisters. Ach. Brody. Oh, fuck. Oh, fuck. Das hast du ja wirklich gut hingekriegt. No. Oh, no. Oh, no. What the hell am I gonna do? She's gonna turn. Marlon! Marlon, you son of a bitch! Don't do this! I'm sorry. I can't let you talk to the others. What? Was für'n Arschloch? Marlon! Anyone! AJ! Huh. There's a gap. If I could find something really thin, I could force it in there and lift up the latch. Sollst dich erstmal um Brody kümmern? Can't find anything in this dark. Yes, flashlight. That'll help. What is that? Oh, no. I can't wait. I can't wait. Oh, no. I can't wait. What is that? I can't wait. I can't wait. No. You're a bit late. Oh, vielleicht. Verdammt! Ich muss die Schlüssel haben. Verdammt! Der Quick-Time-Events des Todes. Ist das... Ja, das wird funktionieren. Oh Mann! Ja, ich wusste es. Jetzt kommt er. Halt! Bogen! Aaaaaah! 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 C'mon! DAS 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 Shit! Ach, Jesus. Die Arme, hey. Ist das schlimm. No. Ist das Blut auf deinem Gesicht? Warum Brody? Hast du gesehen, dass es passiert? Sie ist ein Walker? Das ist scheiße, Marlen! Klim! Du hast Brody. Du hast ihn so stark, dass sie sich öffert. Das ist ein Verbrechen! Ich habe dich verbrechen. Was ist passiert? Schau mal an ihre Hand! Sie ist in Brody's Blut. Jesus Christ, Klim. Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Ich habe dich verbrechen. Ich habe dich verbrechen. Ich habe dich verbrechen. Sie sind in den Bord. Ich habe dich verbrechen. Wenn jemand anderes nicht weitergeht, Wir haben sie verbrechen. Wir haben sie warm gemacht. Und das ist wie sie uns fühlen. Du schützt mich? Und was sollst du mit deinen Raider-Frienden, wenn sie nachdenken kommen? Was ist sie denn da? Du kannst es nicht tun, denn er braucht uns allein. Shut up! Brody hat mir gesagt, dass ich und A.J. zu Raiders geben, um die Raiders zu schützen. Das gleiche wie er gab, Sophie und Minnie. Oh mein Gott! Shut the fuck up, Clementine! Lass sie sprechen! Brody hat mir gesagt, und das ist wenn Marlon sie tönt! Oh mein Gott! Ah, komm doch mal auf! Sie haben nur mit diesen Raiders geliebten, weil Clem erinnert, dass sie rauskommen sind! Das ist doch ein Verzicht, nicht wahr? Schade, ich glaube nicht in das. Ich denke, wie schade wir alle waren, als die Adulten sind. Ich habe uns aus dieser Angst. Ich habe uns alle courage wieder. Wer werden alle alle glauben, oder? Johnny kommt in der Zeit, und ihr kleine Lunatik? Für mich! Für Ed! Sie hat uns geholfen, was gut ist es, wenn ein Grupp von Outsiders einfach nur kommt und es geht? Du musst mir glauben! Du hast nicht! Du kennst sie zwei Tage vor! Ich weiß nicht, Klemm. Nicht wirklich. Ich bin sorry. Das ist nicht so wie du. Ich weiß, dass du nicht schweig bist! Keine Ahnung, dass du sie in deinem Kopf gehst! Hey, was die Minnie wollte du tun? Sie war meine Freundin, auch. Und so ist Brody. Klemm, ich... ...schweig. Es wird alles sicher sein, wenn ich den Trigger steigern. Wenn du da da, wenn die Raiders gekommen sind? Sie würden sie auch verabschieden. Sie auch! Pilot, sei schwer. Warum bin ich nicht überrascht? Setzen die Schrauben, jetzt! Wir werden das machen. Stand down, Marlott. Bekrieg. Du wirst nicht verstehen. Du wirst nicht verstehen. Du wirst nicht verstehen. Du wirst? Ich versuche dich zu beschützen! All of you! Every fucking one of you! Er ist lieb zu dir. Er kann oder nicht beschützen dich. Schau' was zu Bro. Sophie, Minerva. You suck at protection! Shut your fucking mouth! I made the right call! I saved the lives of everyone in this fucking school! If I came back, I'd do it again! Excuse me? I didn't realize we were so fucking expender, dick! They told me they died! I had to save the rest of you, okay? You gave my sisters away. Why would you do something like that? I trusted you, Marlin. They trusted you. A real leader would have sacrificed himself. I wanted to get them. Which takes some kind of rescue. Honest, Ted, I just couldn't. I was... I was too afraid. You killed Brody because she knew. I didn't mean to. I didn't mean to. I didn't want this. I wanted to save all of you. Sophie! Minerva! I didn't want to hurt them. We can still fix this, Marlin. It's going to be okay. We can make this right. We'll help you. We're all family here. The only one, who any of us has left. Steh kurz nach vorne. Der... Steht... ...doch nicht. Hm? Er hat geregelt. I know I betrayed you. All of you. Just let me leave. You'll never have to see me again. Just... let me become... a bad memory. Just give me that. Please. Fine. What, actually? Alter. W... Why? I don't want to help. Nein. Ach, nicht so. Oh Gott. Ich hab'n Killer erzogen. Oh, ist das schlimm. Oh, scheiße. Ja, gib' ihm. Oh, schlimm. Das ist ja schrecklich. AJ, was hast du getan? Wir hatten ihn doch rumgestimmt. Oh Mann. Violet fühlt sich schuldig. Nach deinem Lob zu ihren... Kampfkunsten... ...war sie glü... Warte. Die Musik ist laut. Dann krieg' ich das... Heißer. Oh. Ich weiß, beim letzten. Oh. Oh. Ich hoffe, er capturet das richtig. Ich weiß, er capturet das richtig. Also habe ich ein Problem mit Audio. So. Nach deinem Lob zu ihren... Kampfkünsten... ...war sie glücklich. Violet war geschmeichelt... ...nachdem du sie im Schlafsaal getrostet hast. AJ ist ganz abgebrüht. Fühlt sich besser, als du ihn davon überzeugt hast, entweder zu schlafen. Er war zufrieden, als du Abel... ... am Mahler gegrießt. Der ist gekränkt. Der hatte für deine zögerliche Reaktion bei eurem ersten Treffen Verständnis. Entschuldigung. Verständnis. Verständnis. Nachdem du ihm erlaubt hast, dich zu zeichnen, schenkte er dir das Bild. Rhodey tot. Rhodey war dankbar, als du den Zwischen zwischen ihr und Violet geklärt hast. Sie war angewidert, als du die Begegnung mit Abel einfach abgetan hast. Marlon war tot. Marlon war erleichtert, dass dem seine Taten gegen die Zwillinge und Rhodey vergeben wurden. Er war geduldig, als du dich nicht auf ihn und wo sie eingerissen hattest. Lulis fühlte sich tot und unglücklich. Als du ihm davon erzählt hast, dass du eine geliebte Person töten musstest, hat er dich getröstet. Und jetzt ist es zu lange Zeit, wovon sie zu sterben. Und jetzt ist es zu lange Zeit, wovon sie zu sterben. Billy schämte sich, nachdem er dich kennengelernt hätte. Sehr interessant. Wir haben drei Gegenstände gesammelt. Ich werde noch eine weitere Platte empfehlen können. Okay. Sehr cool. So, meine Aufgabe wird das gleich sein, die Lautstärke-Regelung in Tastenform umzustellen, damit ich hier nicht diese komische Drehrad benutzen muss, das kaputt ist. Das nächste Mal geht es weiter. Habt Verständnis. Das ist ganz wichtig. Vor allem haben wir jetzt ein Problem in der zweiten Folge. Es werden definitiv Leute kommen, die Marlon sehen wollen und uns fordern, sozusagen. Ja, das ist ein Problem. AJ macht das jetzt auch noch echt schlimm, weil Marlon einfach erschossen hat. Gut, er war psychisch am Ende, aber wir hatten ihn gedreht. Er hätte jetzt einfach mithelfen können. AJ hat einfach auf den Kopf gezogen. AJ ist der Punisher, ganz einfach. Gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.